Was geht, Freunde, in der Außen-Map? Wir switchen rüber und let's rock! Was ist denn das schon, Ruta? Was guck ich hier? Schoko-Trobs. Ja, das ist fast schon... Oh, stabil, stark, Alter! Er hat Minecraft-Stein. Äh, Stein. Ich dachte, er verbrügelt ihn jetzt damit. Das sah irgendwie witzig aus. Oh. Hä? Das war's jetzt? Er baut ihn einfach da ein und ente? Okay, ist doch trotzdem verdammt witzig. Der Anfang. So ist Spongebob's Wecker auf jeden Fall. Da würd's nie aufwachen, Mann! Und da schon? Da braucht Spongebob viele Wecker, wenn der das jedes Mal macht. Hä? Wieso pennt der überhaupt auf dem Boden? Im Sand? In dem zweiten Stock? Hä? Was ist das denn? Bettricht für Arme? Was geht denn jetzt ab, Alter? Oh, Alter! Patrick, what's wrong with fighting? I won't fight you. You were my best friend. Hi, hi, meow. I said meow. I said meow. Was? Das ist doch voll viel. Oh, oh. Wenn du Gary Rassus machst dich Spongebob... Ohohoho, das arme Gary. Ohohoho, jetzt dreht Spongebob durch. Was ist das? Junge, was... Oh, Alter! Wie krank ist der? Mit dem willst du mich nicht anlegen, Mann. Das ist mir zu brutal. Ich glaube, es war... Tadeus wird nie wieder ein Wurzel-Spongebob sagen. Viel zu gefährlich. Junge, das war cool. Ich hoffe, euch hat das Video so gefallen wie mir. In diesem Sinne verabschiedet mich. Ich hoffe, damit raus. Outro